Nalli, hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zurück bei VARO4 zusammen mit Early und Herrschlägtern-Potatos natürlich. Ja, wir müssen wieder rauf. Drei, zwei, eins, rauf. Hui. Gliessmal hab ich auf den richtigen Server geklickt. Okay, alles cool. Wir dürfen immer noch hier ganz solomäßig. Und wie gesagt, der Server ist voll nicht, aber Freaks, Gomme, Weißweiß, Basti sind drauf. Und ja, Basti und Weißweiß sind halt echt stark. Das kann man nicht einer sagen. Okay, komm. Lass dich nicht ablenken, mach weiter. Ich hab das Schwert aufgenommen. Problem ist, ich hab keine weiteren Level. Kannst du gucken, ob du Schatten... Nee, ich will meine Sachen erst mal. Ich will meine Sachen jetzt erst mal. Ich hab selbst nur fünf Level. Nimm das Schwert da auf. Kann ich nicht, mein Inventar ist voll. Du hast doch bestimmt noch Dreck da drin, oder nicht? Nix, was ich wegschmeißen könnte. Warte mal, ich schmeiß mal die Fackeln weg. Da tausch eben mal ne Kiste, verdammte Scheiße. Ja, was? Ich könnte mir nochmal Feuerschutz holen. Ach, die Hose. So, hier. Pass auf, dass die Leute sich wegmachen hier, ne? Du musst so einen kleinen Überblick haben. Ich behalte den Überblick dadurch. Sehr gut. Okay, ich brauche jetzt, wie viel Level brauche ich? Kurz gucken für meine Hose. Oh, ne, Moment. Oh, nice. Okay. Oh, Alter. Hey. Das war ich dadurch, alles gut. Ja, ach nee, sag bloß. Nee, he, 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 he. So, ich hab jetzt noch drei Level und ich hab meine Rüstung verzaubert. Oh, ich hab sogar auf die Brustpanzer noch Haltbarkeit eins gekriegt. Neues. Hier hast du Gold noch. Ja. Äh, Lapis Lazuli. Ich hab eine zwei, könnte ich drauf verzaubern. Okay. Ist aber unnötig. Warte mal, ich komm da. Ich guck halt nochmal, ob hier Äpfel sind, aber ne. Keine Äpfel für uns. Ja, kriegt das was? Ey, soll ich noch ein paar Dinger hier wegmachen? Ja, versuch mal, Äpfel zu farm. Ja, okay. Boah, ey, leck mich am Arsch. Ich krieg nur Smile 1 rum. Weg damit. Also, ich hab jetzt nicht viel im Blick, ne. Aber ich kann hier keine finden auf dem Berg, Alter. Ohne Scheiße. Hast du noch ein verzaubertes Eisenschwert von mir, oder so? Ne. Ich guck gleich mal, aber ne. Ich glaub nicht. Nein. Ich hab noch drei Dias übrigens. Bei vier sollten wir uns beide Schuhe machen, oder? Kannst du zufällig gucken, ob du ein Charpenes Eisenschwert rausbekommen würdest? Hier ist noch Eisen zum Dingens. Hm, ich guck halt. Ich hab grad nen Creeper getötet. Ich mach kurz den letzten Baum hier weg und dann komm ich. Er leckt mich am Arsch. Er leckt mich am Arsch. Da ist ein Apfel. Nice. Zwei Äpfel. Nice, ich hab zwei Äpfel aus einem Baum. Wo ist das Schwert? Liegt da. Wo? Warte. Neun. Hat bloß Reds so weggeworfen. Ne, nicht da, äh. Äh, Eisenschwerter sind hier an der Kiste. Ja, das hat Bann 1 drauf, das hier. Ne, das weg. Ich kann null. Äh, du musst... Okay, ich soll auf beide Charpenes 1? Äh, ja. Charpenes 1. Ich brauch Charpenes 1. Ja, geht nicht. Ich krieg die Bann. Auf Level 1? Ja, dann mach das und versuch nochmal neu, weil ich krieg grad gar nichts raus. Okay. Schärfe 1, ja. Ist draußen. Okay. Hast du großes Charpenes 1? Hier. Oh, jetzt hab ich's wieder aufgenommen. Warte. Da, da. Oh, leck mich am Arsch. Er leck mich am Arsch, Dardosch. Nicht mein Tag. Okay, ich hab Cleanstone jetzt im Inventar. Ja, dann hab ich gleich noch ein Charpenes 3 Eisenschwerter, das ist das Problem. Ich soll ja noch ein Charpenes 4. Keine Ahnung, wie wir das zusammenkriegen sollen. Dadurch, wir brauchen mehr Öfen. Was brauchst du denn? Wir brauchen Eisen. Oder hast du noch Eisen? Ich hab noch neun. Ja, wir können's ja an mehr Öfen verteilen. Ja, wir können auch jetzt wieder nach unten gehen. Und farm. Dias und so. Das ist doch effektiver. Wir brauchen sowieso Dias und da kannst du auch Level farm. Verzaubern können wir da unten immer noch. Sicher? Ja, natürlich. Wir sind wieder relativ safe. Oh, Max, Dardosch! Ich muss noch einmal verzaubern hier. Oh, ey, leck mich am Arsch, ey. Ey, das war letzte Folge, Leute, wenn ihr die nicht gesehen habt, ey, die müsst ihr euch reinziehen. Das war echt high. Ja, 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 auf jeden Fall. So, please, Sachen einsammeln. Ich nehm... Bist du fertig? Warte, noch nicht, noch nicht, noch nicht, noch nicht. Ich mach nochmal... Ja, dann nimmst du die Sachen. Ich guck nochmal nach den Apple. Warte, ich werde ab. Ich hoffe, ich seh keine, weil hier nämlich so blöde Blumen rumliegen. Oh, ein Bane of Arthropods. Das braucht doch kein Mensch. Das kostet... Warum kostet das 6 Level? Moment. Ich glaub, der Enchantment Table hat sich nicht resetet. Ne, ich muss erst... Oh, Gott. Deswegen geht das nicht. Ich muss erst einmal resetten. Stigi, wir müssen, wir müssen mal dann los. Jetzt geht wieder Sharpness. Moment, ich brauch nochmal ein Level. Ja. Schmeiß mal rüber hier. Da n Eisen, da 8 Eisen, zack. Müll, Müll. Moment, bin ich jetzt blöd? Achso. Okay. Ich muss sagen, hier fehlt was. So, das ist noch verzaubernd. Dadurch geht's sofort weiter. Soll ich die Öfen schon mal einpacken? Warte, ich will noch die Level eben raus. Der ist noch ein Brennen. Ja, komm. Machen wir die Sachen einfach mit jetzt. Und dann gehen wir nach unten. Und suchen Dias. Den, äh, am Anvil noch da lassen eben? Ja, ja. Äh... Ja, wieder machen. Scheiß auf, so. Bane of Arthropods weg. Das Knockback nehme ich mal mit, vorsichtshalber. So, jetzt pack ich die... Ja, Kai, hast du noch Level? Zwei nur noch. Zwei Level, warte, was kostet das denn? Kostet fünf, okay, scheiß auf. Ja, nimm mit. Wir gehen nach unten, suchen Dias. Und dann... Ja, die Kiste auch auf jeden Fall abbauen, dass die Sachen despawn. Okay. Hast du noch Platz für Eisen im Inventar? Ja, geht her. Jo. So. Oh, da darf ich eh. Dann geh von dem Kiste weg, dass du den Scheiß nicht einsammelst, dann. Okay. Dann... Äh, geh mal die Richtung hier, wa? Bist du in der Mie? Ja. Ehrlich? Wo bist... Nein, ich weiß nicht, wo du bist. Ach, du verbrennst gerade die dann? Hier, hier, hier. Ja. Ja. Hä? Au. Wieso? Ich bin jetzt angezündet. Sorry! Da hinten ist ne Wüste, Dadosch. Wo denn? Oh, alter Schwede. Da hängt erstmal... Boah, Dadosch, ey. Ich lese gerade High Early in dem Moment. Niedest du da das Skelett um, ey. Leck mich am Arsch. So, komm. Wir gehen hier runter. Zack, zack. So, ich habe auf jeden Fall noch für Battle bereit. Ja, ich auch. Oh, shit. Hier ist nichts. Wir sollten am besten wieder ne Höhle suchen, oder? Ja. Boah, ey. Leck mich am Arsch. Okay, wir gehen hier einfach mal, oder? Aua. Boah, Leute, ey. Leute, 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 ey. Harter Shit. Ja, harter Tobak hier, ey. Okay, ich sehe da hinten auf jeden Fall nichts. Oh Gott! Puh. Nehmen wir auch ein bisschen Dirt mit. Bist du bei mir? Ja, ich bin genau in der Nähe. Hälfte der Zeit ist auch schon rum. Also mehr als die Hälfte. Sag mal, was habe ich eigentlich mit meinem Inventar gemacht, dass ihr auf einmal so viel Platz habt? Hm, was lassen wir denn hier? Komm, scheiß auf Namepacks, oder? Ja, mach weg die Scheiße. Ne, scheiß auf Sticks. Sticks! Sticks nehme ich ja mit, Alter. Ja, wieso? Du kannst ja immer neu craften. Ja, ich habe dir Zeug genommen. Ja, ja. So, wohin? Äh, die Schweine auf jeden Fall noch mitnehmen, dass wir noch auf jeden Fall essen. Ich habe mehr als genug Essen. Ich habe irgendwie 60 oder so. Ich habe noch 30. Komm hier weiter in die Richtung. Bin auf dem Weg. Aber schön, die Welt gefällt mir. Ne, ist keine Hölle. Ja, das stimmt. Blümchen. Generell die Blümchenbüro mit Minecraft finde ich immer relativ cool. Moment, eben Essen. Vorne geht es noch runter. Boah Leute, ey, hammerhart, ey. Ja, das war echt Aufregung pur, letzte Folge. Die haben es wahrscheinlich ausgenutzt, dass ich die Koordinaten gezeigt habe. Das kann gut sein, ja. Hier ist noch Zuckerrohr. Oh, immer mit daneben habe ich. Das ist ein Hund näher ausgestattet. Das sind zwei Hasen, drei Hasen. Spätchen! Ja. Du die Federn mit. So. Wo gehen wir hin? Wo bist du denn jetzt? Ich bin hier rüber weiter. Weiter am Plus oder? Ich bin hier. Wo willst du denn? Warte, ich dachte du kommst in eine andere Richtung. Oh, Leute, Leute, ey, Leute, ey, ohne Scheiß. Das war in dem Moment richtig Panik. Ja, auf jeden Fall. Ich dachte echt, das ist jetzt vorbei. Ich sag jetzt, wir dürfen halt auch nicht zu weit laufen. Weil, wegen der Border, ne? Ja, dann lass, komm, dann lass hier runter, irgendwie. Ja, lass hier irgendwie runter. Ja, lass hier irgendwie runter. Komm hier runter. Und dann gehen wir hier in den Boden. Du hast ja noch Dirt, ne? Du hast auch ne Schaufel, ne? Ja. Dann YOLO dich mal rein da irgendwie. Hast du Dirt? Ne. Geh mal weiter. Pass auf, wohin? Ja, hier rein. Ah ne, gib her, gib doch her, gib doch her. Ich fahr dahinter dir zu. Können wir echt hier einfach stumpf runter bauen? Ja, ist doch egal. Okay, dann geh ich mal ganz kurz wieder auf dein Modus. Zack. Lass mal den Gang ruhig mal offen, dann können wir wieder hochnotfalls. Okay, ich hab jetzt nochmal Clean Zone hinter die Erde gemacht. Ich nehm die Kohle mit wegen Level. Ja, mach mal. Lass uns temporär einfach den Gang. Mhm. Wir sind alleine, wir sind alleine auf dem Server. Okay. Aber nicht mehr lange. Ja, mit dem Snipen. Wir hatten ja letzte Folge gesagt, wir wollten ja jemanden snipen, aber das wird jetzt nicht. Jedenfalls nicht in der nächsten Aufnahme, denn wir müssen jetzt erstmal die verlorene Aufnahme retten. Ich nehm nochmal Eisen mit, ne? Wir müssen jetzt auf jeden Fall irgendwo, ja. Wir müssen auf jeden Fall irgendwo grad nochmal Level herkriegen. Ja. Ich will auf jeden Fall ein Eisens Schwert Chef 5 haben. Ja, und die jetzt brauchen wir noch dringend für Rüstung. Ja, dass wir nochmal mindestens eine Rüstung haben, die wir dann verzaubern. Klar könnte man auch Eisenrüstung zusammenpacken, aber... Ach, die Dierrüstung macht dafür nicht mehr Sinn. Weil die sind halt doch schon stärker. Jupp. Achso, du sammelst weiter, ich bau mal weiter runter. Ja, bau du mal weiter runter, ich bau hier so lange... ...n bisschen ab. Hm. Hier ist nochmal Eisen. Und hier ist ne Höhle. Ich bin ne Höhle. Hast du ne Höhle gefunden? Ja. Hier auch Lava. Ich geh mal an die Höhle erkunden, wir sind sowieso alleine. Oh, Creeper, hallo. Ja, mach mal. So, zack. Oh, hier ist auch ne fette Schlucht, hier geht's mega back up. Schlucht ist immer gut. Ja, und die sieht auch nicht wirklich gelootet aus. Willst du zu mir kommen und wir gehen in die Schlucht? Das ist auf jeden Fall deine richtige Höhe. Komm zu mir. Komm sofort runter. Da kannst du auch noch genug farm nennen. Ja, nimm diese eine Säule hier noch mit und dann komm ich. So, ich komm runter. Ja. Ja, hier, hier, hier. Wo gehst du lang? Wo gehst du nicht verdrehen? Ne, ich wollte nur kurz. Dann ne Facke setzen das im Notfall nicht nachher, wenn wir hier raus müssen, dann auf einmal ein Creeper da aufwartet. Hier. Hier geht's runter, pass auf. Alter. Ups. Geht's runter? Ja klar. Dann schließe ich mich doch mal an. Ja. Oh, der verbrannt hier. Oh, Lavawecken. Pass auf, Lavawecken hier. Hier hinten ist auf jeden Fall Lava Slatuli. Ich hab Redstone, das ist gut für Level. Ah man, ich hab immer dieses Delay von der 1, 9 nutze ich immer. Aber existiert das ja gar nicht. Vergesst ihr die ganze Zeit. Boah, das darf ich niemals im Kampf vergessen, ey. Dann bin ich, bin ich tot. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall nix. Okay, Dadosh, wir sind kurz vorm Kick. Ja, ist ja egal. Wir haben ja noch ne Folge. Äh, was schmeiß ich denn jetzt weg? Ähm. 30 Sekunden. 30. 30, okay. Ähm. Komm, ich schmeiß das Kabel jetzt noch weg. Wo bist du da, Josh? Ich bin links weitergelaufen, also ich bin ein Stück von dir entfernt. Also ist aber egal. Also wir machen das ja hier. Level nochmal gefarmt. Okay, alles cool. So. Ich seh dich, seh dich auch. Puh, Leute. Was. Eine. Folge. Ey, leck den Arsch. Ja, das war ja, wir mussten ja ordentlich aufholen. Die war nicht wirklich produktiv. War doch, es ging. Du bist jetzt weiter verzaubert auf jeden Fall. Wir haben alle unsere Rüstungen verzaubert. Was? Loll. Phil hat uns nicht verfolgt. Schreibt ja gerade in die Konfi. Die haben uns nicht verfolgt. Die haben gar nicht als Siege gehabt uns anzugreifen. Loll. Okay. Krass. Krass. Ja, gut. Leute. Wir. Ja, das war's mit dieser Folge. Sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Schaut dann in der Beschreibung vorbei. Da findet ihr da auch alle anderen Teilnehmer. Und vergesst nicht den Dumb-Potatoes-Merch. Findet ihr unten in der Beschreibung. Hau da rein. Bis dahin. Tschüss.